Trubel herrschte am Montag in der Regenbogenschule in Dessau-Roslau. Der Förderschule für Geistig-Behinderte wurde ein neuer behindertengerechter Kleinbus Ford Transit Custom übergeben. Dieses Fahrzeug wird benötigt für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler. Bei der Übergabe war auch der Beigeordnete für Gesundheit, Soziales und Bildung Dr. Gerd Raspichler anwesend und erklärte, woher die finanziellen Mittel für den Kleinbus stammen. Ja, das sind eingeworbene Sponsorengelder. Man konnte sich also für dieses Fahrzeug eine Reklamefolie kaufen und die ist dann auf dem Fahrzeug drauf. Und die 24 Sponsoren haben uns sehr geholfen, diesen Wunsch der Kinder zu verwirklichen. Die Stadt Dessau-Roslau hat zudem spezifische Veränderungen am Fahrzeug finanziell übernommen. So wurden zusätzliche Trittstufen für Ein- und Ausstiege, eine Bodenhalterung für Rollstühle und Anlegeschienen zum Einfahren eines Rollstuhls eingebaut. Mit einer Fahrt können insgesamt acht Personen befördert werden. Dass dieses Fahrzeug dringend für viele unterschiedliche Fahrten benötigt wird, wusste auch Dr. Gerd Raspichler. Ja, wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt für Klassenfahrten, für Exkursionen, für Sportveranstaltungen ein gutes Fahrzeug haben. Und ich glaube, dass wir dazu beitragen, auch dieses Leben reich zu gestalten. Zum Dank für die große Unterstützung führten die Schülerinnen und Schüler vor der Schlüsselübergabe für die Sponsoren ein Programm auf. Bestehend aus Musik, Tanz und Akrobatik. Zudem wünschten die zukünftigen Nutzer dem Neuen allzeit gute und unfallfreie Fahrt.